Unser Familienunternehmen Wolfgang Blum GmbH & Co. KG ist spezialisiert auf sachgemäße Flachdach- und Steildachsanierung, Bauklempnerarbeiten aller Art, energetische Sanierung, Schornsteinarbeiten sowie auf kleine Dachreparaturen und Wartungsdienste. Im Raum Berlin führen wir sämtliche Arbeiten am Dach aus und leiten darüber hinaus einen Kranmietservice, um alle Facetten der Branche zeitgemäß abdecken zu können. Vom Aufmaß über das Erstellen eines individuellen Kostenangebots bis hin zur Durchführung bieten wir Ihnen ein Rundum-Service aus einer Hand. Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern.